Für Aufregung sorgt derzeit der peinliche Auftritt der grüne Minister Robert Habeck und Cem Özdemir in Brasilien. Bei ihrem Besuch eines eingeborenen Dorfes im Amazonasgebiet spielten sich die beiden in Kolonialmanier als Chiefs, also als Häuptlinge auf und verbreiteten auch noch Unsinn über Deutschland. Besucht wurde das Dorf Dres Unidos, eine Siedlung, die laut Welt.de regelmäßig von Touristen besucht wird. Trotzdem wehnten sich die beiden offenbar als große Entdecker. Ich bin Robert, das ist Cem und wir sind Minister in der deutschen Regierung. Das ist so etwas wie euer Häuptling, aber in einem anderen Land, soll Habeck gesagt haben. Dachte der Grüne vielleicht, dass in Brasilien die Schulbildung genauso schlecht sei wie in Deutschland und es in Brasilien keine Minister gäbe? Und die beiden Staatsdiener gaukelten den Dorfbewohnern auch noch vor, so etwas wie Häuptling zu sein. Als wäre ihre Selbstdarstellung nicht peinlich genug gewesen, verbreitete der Wirtschaftsminister auch noch die Unwahrheit über den deutschen Waldbestand. So sagte er, dass vor 1000 Jahren in Deutschland der gesamte Wald abgeholzt worden wäre. Der für Land und Forstwirtschaft zuständige Cem Özdemir stand schweigend daneben. Die Welt zitiert Habeck folgend. Für uns ist das sehr spannend zu verstehen, wie ihr im Wald leben könnt und den Wald schützen könnt, weil in Deutschland vor 1000 Jahren die Deutschen alle Bäume gefällt haben. Dass die Fläche Deutschlands selbst heute noch zu einem Drittel mit Wald bewachsen ist, scheint dem Wirtschaftsminister, der nicht nur von Wirtschaft keine Ahnung hat, entgangen zu sein. Doch wer derzeit im Land ganze Wälder abholzen lässt, wie den Märchenwald der Brüder Grimm in Hessen, sind die Grünen selbst. Und zwar, um dort Windräder aufzustellen. Wozuvor Hirsche röhrten und der Kuckuck rief, werden nach Plänen Habecks und Genossen bald nur noch die Rotoren der Windräder pfeifen und die letzten Vögel, die sich dorthin verirren, von deren Rotorblättern geschreddert.